einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren folge von rimworld ich gebe jetzt immer den hinweis am anfang der folge leider noch ohne upgrade wird dann in der sobald wir hier fertig sind wird das kommen nur schon mal wieder als information so wir bauen eine krankenstation weil wir hier leider immer mal wieder probleme haben mit sowas kranken intensivstation das habe ich gesucht genau das das wird jetzt vorgezogen könnt ihr das dann auch bitte gleich forschen sobald ihr fertig seid mit bauen wäre ich euch sehr verbunden ja genau also wir bauen es leckt gerade ein bisschen also schon die ganze zeit ja keine ahnung daran dass sie liegt aktuell wir nehmen es einfach mal hin und sagen okay shit happens ich kann es leider nicht ändern also nicht aktuell ändern sonst müsste ich wieder ein paar mods rausschmeißen wieder reinschmeißen bla 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 ja so okay gut hier läuft es die zwei hampel liegen da immer noch mit denen unterhält sich auch glaube ich keiner mehr nicht wirklich nicht wirklich ja wir haben leider jetzt ein paar leute verloren werter unterhaltung doch er würde sich unterhalten aber er liegt noch ein bisschen kränkelig im bett darfst du schlachten das schlachten ich möchte wissen was da rauskommt ich bin neugierig okay was ist das ein horn das kostet 1200 okay das ist gut und das leder kostet 16 das stück und da waren einfach 158 bei oder das ist okay das ist sehr 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 geil und die lecks sind aber jetzt gerade extrem so mach mal hat so okay das ist extrem gut das ist extrem gut und halt noch ein bisschen fleisch also wenn ihr jetzt hier das sind 5000 das sind zweieinhalb tausend also das ist richtig richtig gutes zeug sehr gut heißt also hier liegen 5000 und 2000 7000 dollar silberlinge wenn denn hier irgendjemand mal kommen würde und uns hier irgendwie mit uns handeln würde aber das ist leider noch nicht so ganz der fall so wir kaufen uns mal ganz kurz oder bauen uns mal ganz kurz ne wir bauen uns nicht die wäsche verschieben das dingen und zwar einmal hierhin da bauen wir uns noch mal so ein lager lager für medizin da arzneimittelschrank so dem bauer da und dahin oder kommt schon wieder der monck da kommt schon wieder der monck 1 2 3 4 weil immer von mir so schwer das sind 15 heißt also das da wäre die mitte das da wäre die mitte sorry da kommt der monck da kommt der monck wieder so das wären sieben und das wären sieben richtig dann arzneimittelschrank hier arzneimittelschrank da und das sieht aber kurz die mir komisch aus oder nein der boden muss so zwar so rum muss es richtig so okay dann bin ich dann bin ich damit auch ein bisschen zufrieden der nähre 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 ok schön 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 hier werden die steine auch so langsam weg transportiert das ist auch gut da unten wird kräftig gebaut da oben wird kräftig gebaut hier liegen noch ein paar tote menschen rum warte mal können wir das alle entkleiden so ja die entkleidung die werden wir dann nämlich dann wieder recyceln dann kriegen wir nämlich wieder rohstoffe raus und so weiter also das ist eigentlich immer was ganz gutes dass wir das tatsächlich immer mal wieder machen wir haben hier neun parker so paar mützen paar hemden können wir alles schon mal wieder in den recycler geben kinderstampler den brauchen wir noch t-shirts auch mal eben mini toret pack nur für erwachsene trotzdem kommt es weg genau abend wir recyceln das ganze hat den hintergrund wie gesagt rohstoffe hallo nix überfall alter schwede was ist denn also heute heute wollen nämlich aber heute wollen nämlich aber okay wir stellen die mal ganz kurz hier auf die machen wir auf deaktivieren naja so welche sind das doch nicht okay da ist schon mal der erste zweite okay da sterben da noch ein paar sehr gut ne das ist der falsche nano hätte ich gerne nano und die kiddie so ne du bist immer noch der falsche alter ok das war ein schnelles prozedere die lassen wir wieder laufen die aktivieren war wieder die türen machen wir natürlich zu die lassen wir wieder alle entkleiden ja und weiter geht weiter geht das abenteuer das ging schnell ja wir pay natürlich natürlich was ist das für eine frage wir wollen den server haben natürlich wollen wir den server haben kommt drauf an wo du jetzt hinschleppst ist gut jetzt hallo ist jetzt gut oder hallo hallo wohin des weges du solltest du meine bäume legen oder was dass keiner sieht oder was ist was ist denn was machst du na gut dann legen halt da oben hin ähm ist ja sonst ist ja sonst nicht alles gut okay wir müssen langsam gucken dass wir irgendwie geldrand schaffen äh wir brauchen tausend fünf der 15.000 was ist denn hier was ist denn hier los oder ist ja richtig oder ist ja richtig was passiert denn wenn ich das jetzt akzeptiere das würde ich immer noch gerne wissen ah okay also ich muss dann tatsächlich dahin reisen und die da umbringen okay 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 das ich wollte das einfach mal testen weil ich tatsächlich das noch nicht kannte ähm okay das ist gut oder auch nicht so gut dass hier aber nichts anständiges angeboten wird ist halt leider auch ein bisschen traurig ne also ich hätte da zum beispiel gerne irgendwie sowas wie wie dass ich ein bisschen geld bekomme so wir könnten aber mal hier reingucken aber mal hier reingucken nee da nicht wait nee hä hatte ich nicht ein trading apparat schon stehen hm ich war eigentlich der vermutung dass ich schon ein trading apparat hab hä okay okay warte mal da trading ist das nicht trading oh ne oh okay dann äh tut es mir leid ha okay da ist jetzt der trading apparat dann können wir nämlich hier jetzt nämlich traden ähm ne das will ich jetzt eigentlich nicht äh contact bla ne open contracts okay wir haben nichts da was irgendjemand brauchen könnte schade schade was mir hier so ein bisschen fehlt bei diesen geräten ich würde gerne sachen anbieten ne also ich würde gerne aktiv dinge verkaufen so das wäre das wäre cool wenn ich aktiv irgendwelche sachen verkaufen könnte ähm da haben wir fäulnis bekommen er ist immer noch da unten mit seinem steinbruch dran also er liebt den scheinbar also der der haut den kompletten steinbruch weg wirklich der der gibt da gas so hätten wir denn irgendwas warte mal du läufst hier gerade so blöd rum oh du gehst erst ne okay dann darfst du weiter laufen ähm achso wir müssten hier oben eigentlich noch ein bisschen weiter weiter bauen ne im einen Augenblick wir machen mal den da den da die brauchen noch ein bisschen licht hier in der bude also machen wir erstmal ein bisschen licht hier rein in den bunker ähm hier und dort kommen eigentlich auch noch mal welche hin dort auch so dann kommt hier der ganze Unrat einmal bitte weg dringend ok achso wir könnten jetzt eigentlich für ihn hier was bestellen ne äh gojuice warte mal können wir das du da geh mal da hin bitte äh gojuice ich mach mal ich mach mal 200 350 Prozent ähm ich brauche 5 Flaschen so dann haben wir das auf jeden Fall schon mal bestellt für ihn wir bräuchten 2200 Sprit 2200 Sprit wie viel haben wir denn oh da fehlt nicht viel dann könnten wir den Sprit verkaufen ähm dann könnten wir den Sprit verkaufen Sprit verkaufen gar nicht so eine schlechte Idee Sprit verkaufen kriegen wir 15.000 dann haben wir das auf jeden Fall drin ähm müsste sich jetzt halt nur jemand drum kümmern äh da läuft schon jemand äh in Etappen natürlich ähm ok aber dann könnten wir ihn vielleicht doch noch retten wenigstens einen wenigstens einen von der Konsorte irgendwo läuft alter Schwede ist halt wieder einer der langsamsten von allen ne was habe ich gesagt 2200 ok da fehlt noch ein bisschen was also wir gehen hier nochmal ein bisschen mit dem recyceln weiter sonst vergessen wir das das ist tatsächlich nur einer das ist das exzellente Dingen das ist ein Jumpsuit kann auch recycelt werden Stoffe ach guck mal er recycelt da mal gucken was er rausbekommt äh äh scheiße ich hab was vergessen der Bank Geld zu geben natürlich verfluchte Kacke warte mal die hat 11% die hat 16% die hat 5% dann gehen wir doch zu der ähm ich hätte gerne da 1500 Silberlinge drauf ja so äh habe ich jetzt 1500 Silberlinge da drauf gemacht wait a minute ja habe ich so jetzt müssen wir nochmal in die Open Kontakte dann nochmal Go Go Juice ähm wir machen 250% wir machen 10 Stück dann Subment und dann fertig so ähm 2200 Sprit immer noch scheiße ähm 2200 so viel fehlt nicht mehr ein Durchlauf ein Durchlauf dann hätten wir es einen Durchlauf noch bitte dann wären wir durch äh Unrefinite Magic warum warum wird denn das hier nicht gelagert haben wir hier überhaupt den Lager noch warte mal haben wir hier das Lager weggerissen oder was okay wir hatten da hier das Lager weggerissen warum auch immer was denn da passiert vor allem wann ich habe es gar nicht mitbekommen ähm hm kurios so ähm okay hm hm okay keine Ahnung wann dieses Lager da weggekommen ist ich habe keine Ahnung so haben wir jetzt inzwischen was ist Reispflanze eingefroren okay wir haben die 2200 heißt also der nächste der aufsteht und hier lang läuft wird dann versuchen das weg zu handeln ähm also du bist der glückliche okay complete der kommt dann gleich und holt das ab Beinprothesen Insektenfleisch Audio Tabs Audio Tabs Reel 5 Audio Tabs Reel warte mal 5 Audio Tabs Reel die waren doch hier drin oder nicht au und die ne die waren da nicht drin ich dachte die könnte ich schon bauen kann ich die noch nicht bauen na gut okay aber wir kriegen auf jeden Fall das Geld zusammen hier für die letzte für die letzte für die letzte ähm Möglichkeit hier unten und zwar 1500 also wir brauchen immer noch diese 1500 Dollars äh Silberlinge oh die werden langsam aber richtig okay das wird langsam richtig richtig hart dass wir das zusammen bekommen ähm haben wir hier noch irgendjemanden der ja du musst da nochmal dran tut mir leid wir müssen nochmal gucken ob wir irgendwas bekommen ähm bla 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 ähm Bier Bierwürze Bierwürze können wir nicht Gänse können wir nicht Beine können wir nicht 30 MPs 30 leichte MPs 30 leichte MPs leichte MPs 30 Stück okay okay das könnten wir vielleicht hinbekommen ähm können wir die miteinander verknüpfen das ging doch irgendwie warte mal ähm wie waren das okay geht das nicht konnte man den nicht miteinander verknüpfen die drei hätte ich gerne in einem Block hm okay warte mal dann machen wir es anders dann machen wir hier 10 wir können das ja noch nicht mal kopieren hier ach klonen warte mal klonen 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 da rein hm aber klonen war jetzt eigentlich nicht das was ich wollte aber shit happens ähm auch das funktioniert wenn es dann sein muss Hauptsache wir kriegen da diese 30 MPs zusammen so einmal zweimal dreimal da sind doch schon mal die ersten drei fertig okay das geht rasend schnell okay das geht also durch die Bots geht es natürlich jetzt super super schnell ähm ja wir brauchen irgendwie einen Schrank oder eine Kiste oder sowas äh wir hatten haben wir schon haben wir schon Industrie die Kisten haben wir auch noch nicht fertig alter Schwede wir sind so bad wir sind so bad unterwegs wieder ne die Kisten sind noch nicht fertig das ist noch nicht fertig ähm fuck you das ist nicht gut das ist alles nicht so gut okay wir machen es einfach mal ganz kurz anders wir werden hier bestätigen hier nochmal eine Ladezone hin machen so er kann jetzt sein Juice da bekommen dann go go bla äh go so eine verabreichen so wie seit weit sind da der scheint fertig zu sein auf der Seite ne er ist fertig er hat noch vier er hat keine mehr dann machen wir doch stopp hier eine hallo hier eine hier zwei weniger ja alter was kommt denn da auf mich zu vor allem warum steht meine Verteidigung nicht mehr oder anders warum steht die so schlecht ok warte 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 stopp halt deaktivieren ihr da alle mann hier hin wir müssen gleich Holz sammeln gehen auf jeden Fall wir haben gar kein Holz mehr und noch ein Überfall natürlich jetzt kommt da alle oder was warum ist diese Tür offen offen halten nein wir sind da jetzt durchgegangen ok ok jetzt ist die Tür wieder zu ok ähm irgendeiner grillt hier die Schweine irgendjemand grillt hier in die Ecke oh die Schweine hier riecht das nach Grillzeug Junge jetzt kriege ich aber richtig Hunger alter was ist denn hier passiert greifen die sich jetzt gegenseitig an oder was was ist denn und warum nein warum läufst du da rum alter ich hab die doch alle deaktiviert ja stirb stirb bitte ich wie oft muss ich dich denn deaktivieren dass du verstehst dass du nach Hause fliegen musst du blödes Kackdingen Entschuldigung ausdrucksweise hörr ich bin sauer dem sagst du dreimal bitte flieg nach Hause und 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 schubber dir die die Klöten ja das brennt in meiner Bude natürlich geh mal das da löschen du sollst nicht reinigen du sollst da löschen da so okay ähm ihn lassen wir jetzt mal ganz kurz aufräumen soweit wie es geht alter was ist denn hier heute wieder los ne das ist ja so katastrophe das ist ja so katastrophe so den haben wir dann gehen wir hier hin okay die zwei haben wir auch ne da ist noch einer okay dann haben wir sie alle okay ähm ihr geht wieder arbeiten ne ihr geht noch nicht arbeiten du gehst nochmal dahin da läuft noch einer da läuft noch einer also wenn schon alle alle oder keiner ne aber du weißt schon dass der da lang läuft ne also so ruhe jetzt das ist jetzt nicht passiert oder das ist jetzt nicht fucking passiert okay ähm das kann alles weg klack 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 so die machen wir das das machen wir hier wir haben jetzt so viel fucking zu tun okay aber wir machen das äh in der nächsten folge wir entkleiden hier schon mal die menschen wieder und ich sage vielen vielen dank fürs einschalten vielen vielen dank fürs zusehen ich wünsche euch noch einen angenehmen tag und bis zum nächsten mal bis dahin tschüss tschüss